An alle Bürgerinnen und Bürger In Anbetracht der Tatsache, dass bald wieder die Vollmond-Saison beginnt, wird es Zeit für ein weiteres, höchst informatives Rundschreiben. Ich denke, wir alle erinnern uns an die schrecklichen Geschehnisse der letzten Saison. Und es sollte unser aller Herzenswunsch sein, weitere Ausschreitungen, soweit es geht, zu verhindern. Dem Wehrwasser muss Einhalt geboten werden. Darum folgen nun einige Warnhinweise, Richtlinien und Kochrezepte, welche das gefährliche Wehrwasser unschädlich machen. In der Vollmond-Saison ist jegliches Wasser im Haus zu vermeiden. Durst sollte nur noch außerhalb, tagsüber und auch nur vor Einbruch der Dunkelheit gestillt werden. Die Wasserrechnung muss im Voraus so lange nicht gezahlt werden, dass das Haus von der Versorgung abgeschnitten wird. Sollte sich dies, aus welchen Gründen auch immer, als problematisch erweisen, steht die Behörde für verantwortungsbewusste Nichtzahlungen mit Rat und Tat zur Seite. Es wird davon abgeraten, einen Finanzberater zu konsultieren. Sobald sichergestellt ist, dass die Wasserversorgung des Hauses stillgelegt wurde, müssen sämtliche Rohre so lange mit immer dünneren Rohren gefüllt werden, bis alle Rohre ausnahmslos verstopft sind. Von anderen Füllmethoden wird abgeraten. Auf gar keinen Fall sollten Zucker, Phosphor, Watte oder gar Zuckerwatte genutzt werden, da sie besonders stark mit dem Wehrwasser reagieren. Sollte bemerkt werden, dass sich Wasser bei Tageslicht verfärbt oder verformt, oder sich Geruch oder Geschmack verändern, hat man sich sofort vom Ort des Geschehens zu entfernen und alles der Behörde für Katastrophenverzögerung zu melden. Sollten sich im Wasser Kohlensäurebläschen bilden, muss sofort Alarm geschlagen werden. Sobald die Autoritäten vor Ort die Zeit dafür finden, folgen dann von ihnen weitere Anweisungen. Im äußersten Notfall ist es möglich, das Wehrwasser unschädlich zu machen. Es wird nicht empfohlen, da alles bisher nur auf theoretischer Ebene diskutiert wurde und dementsprechend die Wirksamkeit nicht erwiesen ist. Andererseits darf es gerne versucht werden, da es uns eine Menge Forschungsgelder sparen würde. Um das Wehrwasser unschädlich zu machen, muss es mit irgendeiner Art von Textilie aufgesaugt werden, empfohlen werden hierbei vor allem Kleidungsstücke, bis nichts, wirklich nichts mehr davon übrig ist. Danach muss der Stoff zusammen mit ein bis zwei Zweigen Großmarin, etwas Olivenöl und zwei bis 26 Knoblauchzehen in einer heißen Pfanne so lange angebraten werden, bis jegliche Flüssigkeit verdampft ist. Die verkohlten Textilchips sind zum Verzehr zwar nicht geeignet, können aber zur Besänftigung Wehrgras zum Fraß vorgeworfen werden. Ich möchte noch einmal an die Ereignisse der letzten Saison sowie ihre Opfer erinnern. Der führende Bürokratieminister hat bereits einen Antrag gestellt, um Mittel bereitstellen zu können, damit der Staat effektiv gegen die Wehrwasserplage vorgehen kann. Dieser Antrag muss jedoch erst vom führenden Bürokratieminister abgesegnet werden. Und das könnte sich noch einige Jahrzehnte hinziehen. Bis dahin müssen wir stark bleiben und einander so gut es geht zur Seite stehen. Mit Grüßen Die führende, stellvertretende Ministerin für Rundschreiben an das Volk und die Jungen Ichätzlich